Mein Vater lebte in Frieden mit den Marikopas. Es war der Tag des vollen Mondes, als die Indianer sich zum großen Rat versandten. Der heilige Wächter vom Tal des Todes, Vertanker Tashin, hatte auch ihn gerufen. Den Idelsten der Indianer, den Häuptling der Apachen, Winnetou. Winnetou grüßt seine zapferen Brüder und Schwestern. Zertanker Tashin, Zertanker Tashin, Silberne Würfel hatte eine Mission. Er fühlt, dass sein Geist bald in die ewigen Jagd von der Erde gehen wird. Wir werden gemeinsam das Geheimnis vom Tal des Todes bewahren. Niemals, Apachen! Winnetou grüßt ihr harte Standgeber, dem Häuptling der Marikopas. Amau, Winnetou. Wir achten dich als einen großen Häuptling unseres Volkes. Aber du hast kein Recht als Schüter dieses Tages. Kein Häuptling ist groß. Kein Mensch ist klein. Zertanker Tashin wünscht, dass Winnetou den Schatz bewahrt. Niemand anderer als ich. Herr Hatter Chanté, heute klingst du meine Kopas. Du wirst der Bewahrer der alten Geheimnisse sein. Ist dein Herz auch bereit dazu? Kannst du den Pfad des Friedens deinem Bruder kennen? Welchen Krieg gegen den weißen Mann haben wir begonnen? Nicht einer. Und so soll es auch bleiben. Lass uns in das Tal des Todes reichen. Und gemeinsam mit Zertanker Sturm beraten. Ohne Sturm der Gedanken. Wir vertrauen deiner Weisheit, Winnetou. Reiten wir! Amuin. Iicks. Amin. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Los, weg hier! Die ZDF für funk, 2017 Ist das dein Frieder, Beneteu? Wir können Böses nicht verhindern. Aber wir können Kunst. Wir werden das Böse zerträgen! Du hast mit dem Bleichgesicht in einen Friedensvertrag geschlossen. Dafür haben wir nun einen Autoren am Weg für das Feuer was zu bauen. Das Pferd des Tores. Das Flut von Tartankatashun drängt unsere Erde. Das der Weißen wird fließen. ützlema, Neutzlema! Weißen! Warum reitet der Krieger der Marikopas nicht mit seinem Volk? Die Worte des jungen Kriegers sind wie die eines weisen Mannes. Mein junger Bruder, möge mich begleiten. Ich bin nicht so weit, möge meine Herzen freuen. Ich bin nicht so weit, möge mich begleiten. Tea time. Wir befinden uns in Midnersgebiet des Marikopas, werden hoffentlich bald auf Indianer treffen. Oh, was ist das? Da ist doch jemand, Wonderful, Indianer, echte Indianer, 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 Indianer. Was heißt hier Indianer? Wonderful, ein echter Indianer. Sperrt eure Augen aus, Ehrenwertemaster. Sehe ich etwa aus wie eine Rothaut? Ja, ich sehe schon ein wenig aus wie ein Einwohner, ein richtiges Urwaldmännchen. So, das hat mir noch niemand gesagt, wenn ich mich eher Sam Hawkins und ein Urwaldmännchen... Ihr seid Sam Hawkins, der berühmte Westmann? Ja, ich bin dieser berühmte Westmann. Excellent, Lord Emery Eagle, Professor Fotograf der Oxford Times. Mit der Lizenz, Indianer ein freier Wildball zu fotografieren, den auf der Suche nach einem Scout. So seid ihr bei mir genau richtig, ehrenwertes Greenhorn. Für jeden Indianer 20 Dollar. Für einen Stehplatz am Arscherfahrt sogar 50. Well, für den Indianer. Schätze, habt ihr uns gefunden? Wonderful, echte Indianer. Was kürzt die Bleichgesichter in die Jagdgebiete der Maricopter? Ich bin gekommen, Indianer, zu fotografieren. Du bist einer der bösen Zauberer, die unsere Schatten einfangen. Du kannst gehen! Nein, 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 nein. Fantastisches Abendfolio! Ihr Leben? Das ist krank! Los, weg hier! Du und michs Bleichgesicht! Wir sind wirkliche Bleichgesichter! Die Zeit des Friedens ist vorbei! Katschunga, Nang Latissa! Die wollen bestimmt mal nicht kalt! Wir können sie gerne haben! Mischton! Kannst du nicht täuschen, Bleichgesicht! Kann der heutige Maricopter nicht mehr unterscheiden zwischen Freund und Feind? Alle Bleichgesichter sind unsere Feinde! Ich hätte dich töten können! Du stehst in meiner Schuld! Meine Strafe ist hier des Koyoten, der sich gegen die Meeren des Felsengebeges auflehnen will! Ich bin es gewohnt, den Taten zu sprechen! Nicht den Worten! Hast du Mut? Oder versteckst du dich hinter deinen Fingern? Jetzt in meiner Welt! Duteindätιο istahren! Letzten! Den glorifiaren Räumen Wer bist du gleich gesichert? Ich kenne dir meinen Namen nennen, wenn wir uns wiedersehen. Das werden wir! Worte, Frau, frestiges Abenteuer. Milord, vor euch steht der größte Westmann aller Zeiten. Außer sein Warkins, natürlich, der nicht die Bühne. Oh, Shatterham! Sam, guter alter Sam. Ich bin freu, euch wieder zu sehen. Gestatten, Lord Henry Eagle. Sehr erfreut, Sir. Ich bin gekommen, um Indianer zu fotografieren. Ich bin auch auf der Suche nach der Familie Adlerhorst. Adlerhorst? Ich kannte mal einen Bruno von Adlerhorst. Er hat Deutschland verlassen und ging als Konsul nach Tunix. Ja, seine Frau war aus meiner Familie. Sie hatten zwei Kinder, Martin und Leeser. Ihr Schiff wurde vom Piraten überfallen. Ich habe alle Gründe der Annahme, dass sie in Amerika zu finden sind. Meine erste Spur führt nach Wilkins Field. Ja, Schätze. Der alte Sam wird sich um dieses Krieg noch kümmern. Wenn ich mich... Eine ausgezeichnete Idee, Sam. Dann sehen wir uns im Rückgangs Field wieder. Ich folge noch der Spur der Marie Coopers. So wie es aussieht, befinden sich doch im Kriegstag. Und dann sehen wir uns im Rückgangs Field. 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 Vielen Dank.